oh oh mk2 mk2 hilfe 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 mk 2 hallo 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 mk2 mk2 Da ist er auch neu! Wo ist der jetzt? Scheiße! Ah! Der hat hier... Macht! Boah, war das knapp! Blub, 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 bl wir sind irgendwie alle gleicher sind wir haben alle zu hause jetzt weiß ich war darum gewöhnt hat ja genau deswegen war es bei dir alles weg aber jetzt hier das liebst du hast einen ganzen schrank voll leber ich habe lieber und du hast auch thermometer ich habe einen thermo und pipi das ist auch deine liebigen stelle wo du mal sturm bist wird uns ein Zeichen halt Leonardo DiCaprio Költe gibt uns ein Zeichen ja ich gehe jetzt rum und dort muss und wo willst du dich mal dahinter damit ich mir den Arsch auch mache Alter schaut uns da hinten zu und man sieht seine Schulterlampe ach komm komm oh der hat sich eine Tür bewegt oh ja der schöne Automat ist noch was drüben das war mein Zeh bumm ach der Scheiße gib uns ein Zeichen schmackere ruf auf diesen Telefon an oh ne wieder ach der blöd den 0800 5 8 9 990 6 mal die 6 gib uns ein Zeich du Kichererbse mach die Hüte auf mach die Hüte auf mach die Hüte auf mach die Hüte auf ja ja alles gut noch wir haben die Tür gefunden wo die aufging Alter mach das was das komische ach ich mach's ja schon aus ist ja gut mach den Peile selber aus lass den Peile selber aus lass den Peile selber aus hier läuft ein Waschbecken wie kann er ein Waschbecken laufen ja alles klar in dem es Beine bekommt ich habe mich jetzt schon dreimal verlaufen ich finde hier nicht mehr raus weißt du ich? ja wollen wir mal ein bisschen singen was willst du singen? was willst du singen? alle meine Händchen ah ne wie viel Temperatur hast du? genug schlagt auf das bestes vor mitsingen oh ich habe mich verlaufen ja ich glaube ich notwühlen schmutziges Wasser oh er hat sich was bewegt hier ist deine Abteilung oh wieso? da im WC wo bist du? wo bist du? ah er hat eine Tür geknallt grad hier wieder auch nur wie viel grad? äh noch keine Minus gerade irgendwas ey verlaufen mich hier ne ja haben wir nicht schlecht ich finde hier nichts bist du noch da? ja sehr gut wir haben Knochen da da du brauchst einen neuen Fuß hier licht einen Hammer hey den schlag ich dir gleich vor im Kopf ich bin ich bin ich bin der Geist hihihihih huuuuuh huuuuuh wie ist das Wetter hier? da war ein Speck na schmeckt's wir hatten gerade alle ich hab genau gesehen dass du draus getrunken hast wir haben hier 9 Grad halt ich hab auch gerade gerade eben jetzt schon wieder guck mal vielleicht ist hier an der Ecke halt ich riech dich aber die Tür hat sich gerade von alleine bewegt ne halt mal dein Piepgerät hier dran lass eins mit ich hab dein Piepgerät mit ich hab ne Geisterbox mit oh minusgrade minusgrade? ja waren grad minusgrade ja wir haben den Raum wir haben gefriert wir haben gefriert wir haben gefriert Temperatur soll ich sie mal rufen? bleib du mal hier damit ich ihm beschreiben kann ok? stell dich in den Raum hier ran Moment äh ich laufe zum Truck äh unser Typ bleibt hier und dann koordiniere ich dich bleib du hier bleib du hier ok? du bist in Sicherheit vertrau mir ok Treffpunkt Truck nein nicht Treffpunkt äh bleib du drin ich geh zum Truck und koordiniere dich weil ich seh dich auf der Map ist leichter bleib da wo du bist einfach und das gilt für den anderen Typen auch warum gehst du denn jetzt zum Truck? ich bin nicht der andere hier äh lauf in die Richtung ja schön für dich ich weiß immer noch Achim Entschuldigung Achim Achim ich bin auf dem Weg zu dich sehr gut sehr gut ähm 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 Parkdikant ja hier du läufst weiter weiterlaufen jetzt läufst du nach rechts bin ich jetzt nach links und jetzt wieder nach links im anderen im anderen Raum wo der Parkdikant ist also er muss eins ja da da rein so nehmen wir das mal mit hier ich glaube nicht dass er nur hier ist schon der Fußabdruck ja ok der ist hier der ist hier der ist hier hier sind wir hier tut doch nichts hier waren minus 8 grad ok 2 alles gut noch war gut ey der nervt minus 11 wow müssen wir uns trotzdem Sachen noch holen haben wir eine Kamera hier gibt uns ein zwei ich habe noch eine Kamera du musst in den Raum reingehen dafür da gibt mir und zeige ich jetzt wir müssen erst aus dem Gebäude raus weil er reagiert nur auf einzelperson ja natürlich ich glaube doch auch schon mal ne abkürzern kommen nee da gehst du mal lang so kamera hast du ja hat schon eine kamera mit ihm noch der hast du da gut komm mit abkürzung mach weg die gibt keine zeichen von sich ja das dauert eine weile dann sehe ich es auch noch nicht Fingerabdruck 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 wo am Lichtschalter Foto machen okay wir haben kein Foto habe keinen egal ich habe nur mit dem Fingerabdruck ungefähr Temperatur so Bewegungsvolle hast du da noch ja das da so bleib du mal äh hier wir schauen noch jetzt haben sie alle ab ab abkürzung es ist eine abkürzung jetzt ist ja jeder raus das Knicklicht muss da weg das Knicklicht muss da weg das Knicklicht muss da weg gar nicht unbedingt ne nach Obst können wir nicht gucken wird es nervt dabei und das Knicklicht bringen sie ein kräftiges Platz zu brauchen oder Feuerzeug habe ich schon gut zu fix gut zu wenig sind gut sie mit ja dann du mal mit da habe ich gut sie soll es gar nicht mehr hier lassen so aber Fotoapparat ich nehme mal mit ok und die Satellit noch was ne die Tür hat sich bewegt da ist der Buch brauchen wir ein Buch die Tür hat sich bewegt der Hunted der Hunted unser Typ ist drin und der Hunted mal gucken wir ob er einen Ausflug macht oh wir retten dich wir holen dich da aus pass auf der Hunted der Hunted jetzt nicht mehr doch er handelt wieder er handelt wieder die Tür geht nicht mehr doch jetzt geht es wieder ich glaube ich habe es kurze es ist kurze jungs wir haben im L5 ok oh oh gin würde ganz schön sein es kann aber auch noch nie nix sein dann können noch mehr sein wo ein äh gefriert gefriert Fingerabdrücke ja dann bleibt nur einer über aber es kann trotzdem noch Mimik sein einer aber der kann einen trotzdem verarschen einer muss ganz alleine da rein es kann entweder noch Mimik sein ja was braucht der Mimik normalerweise noch Geisterbox das heißt einer muss noch mal reingehen und er muss wirklich ganz alleine ja hier freiwillig wie sie alle hier schreien warte wir müssen Tür zu machen ach so alleine aber gut man darf nur alleine weil der reagiert nur auf Einzelpersonen er ist wieder leicht aktiv du musst sehr oft fahren es dauert manchmal bis er antwortet ich sage ihm wenn es los geht es wird stärker nur was soll ich denn jetzt sagen schwächer stärker auch schwächer gleich dort das machst du gut er handelt er handelt er handelt gar nicht das war ich hab einfach mal in die Augen das Ding jetzt hier taute er ab er handelt du bist kurz vorm Tod die Türen sind abgeschlossen du kommst nicht raus die Türen sind abgeschlossen die Türen sind abgeschlossen die Türen sind abgeschlossen du kommst nicht raus versteck dich versteck dich die Türen sind abgeschlossen die Türen sind abgeschlossen die Türen sind abgeschlossen komm raus der macht gar nichts nein weiß ich antwortet aber nicht das ist ein Gin das ist ein Gin das ist ein Ligore Gin 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 dann nimm mal ein Gin soll ich noch mal rein gehen ich geh noch mal rein ich geh noch mal rein wo sind hier die Geisterboxes da so beobachtet mich ne wächst jetzt mal auf meine Kopfkamera das ist meine sieht so wer ist jetzt wer ja das ist toll wer geht jetzt raus ich seid auf der richtigen Kamera genau danach geht er auf Fremde rein Moment jetzt gar nicht und den den erwischt es dann nee da 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 ich mach's euch angenehm ne Fingerabdruck an der Tür rot rot wir fliegen gleich gleich aus dem Herd wir sind da ballen leer gib uns ein Zeichen gib uns ein Zeichen wer bist du wer bist du gib uns ein Zeichen gib uns ein Zeichen gib uns ein Zeichen haben wir noch aufgaben offen das kannst du machen du hast ein uzi fix vergessen ja deswegen komme ich jetzt raus und der zweite ganz machen ich hatte ich weiß ja gar nicht wo es lang geht führst du mich wieder der hand der tür ist abgeschlossen gib uns ein zeichen gib uns ein zeichen gib uns ein zeichen margaret taylor margaret taylor margaret taylor margaret taylor margaret gib uns ein zeichen wo ist das brett margaret wo ist das brett wir müssen noch nach dem special item gucken die will nicht die margaret doch die geschehen immer es gibt immer auf der map einmal wurde gruppe mit der port oder so was weil der spiegel musikbox und so was gibt es immer einmal danach müssen wir suchen noch ein foto von mann gibt es extra kohle ich hoffe ihr hängt jetzt gerade nicht im truck und lass mich hier unten sterben alles gut ich bleib nicht im gellr noch ein noch ein Wo seid ihr gerade? Wir schauen uns hoch. Was? Wir schauen uns hoch. Und wo? Wir schauen gerade unten hoch. Rechts oder links? Mitte. In der Mitte geht es nicht lang. Mitte, untere Etage. Hä? Untere Etage geht es auch nicht in der Mitte lang. Wir sind gerade Kunden an der Rezeption. Die müssen wir bedienen. Ja, du bist eine Krankenschwester. Hilfe, die Handtült. Die Handtült, schnell weg. Ich schau hier unten im Fernsehen. Ich schau hier unten im Fernsehen. Wo bin ich gerade? Im Haus. Und wo geht es raus? Zurück. Also weißt du doch, wo ich bin? Also bist du im Truck? Ich habe gerade geschaut. Ja, du bist schnell rausgerannt. Du musst zurück. Schau, du gefälligst auch noch den Alten. Hilfe, Hilfe. Gebt er gleich Hilfe. Hilfe. Geht's immer gerade aus? Du bist eher ein Zeitschon im Truck. Das höre ich, wie du redest. Links rum. Mark Grant! Wie, so sind ja alle Türen offen. Hier unten hat sie knappt. Springst du bitte da oben rum, oder was? Mit deinem Schwergewicht. Ich weiß sowas von, ihr feiert euch gerade so richtig ab. Negativ. Na doch, positiv. Wir sind bei ihr. Ich bin gerade oben in der Etage. Ich bin gerade gleich bei euch. Okay. Ich würde schnell ins Haus gehen, bevor ich sehe, dass ihr im Truck seid. Ich habe die Voodoo-Puppe gefunden. Nervt sie. Ich habe mich verlaufen. Wie geht das denn? Oh, hier ist eine Tür. Hier ist eine Trappe. Hier ist ein Schwergewicht. Ist das noch da? Yo. Oh, ich hätte nicht den Funk drücken dürfen. Eine Sanity war wahrscheinlich so niedrig schon. Wo geht's denn hier raus? Ah, die fahren weg. Ach, Mann. Die waren beide im Truck, Alter. Ehrlich, aber das werde ich schon in den Aufnahmen sehen. Das merke ich mir. Was denn? Das merke ich mir. Was merkst du dir? Ja. Ich mach den Huf hoch, mir jetzt nicht gut, ich auch fortweg. Ja. Ja, du warst doch schon ein Spenüro. Und aus dem, wie war das vorhin, beim Camp? Da wart ja beide tot. Da war ich alleine. Ja, da war man aber noch nicht am LKW. Ich war im Krankenhaus in der ganze Zeit da. Und ihr sitzt alle im LKW und schaut mir zu. Was ist das? Wieso? 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 Ja. Wieso? Ja. Wieso? Ja. Wieso? Ja. 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 die nackige Mark wird. So, jetzt verabschieden. Nicht vergessen, Leute. Blub. Ciao, Leute. Genau, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Blub. Tschüss.